So, Frau Briese, gib mir erstmal da vorne wieder hin. Ja, wer kommt im Bild? Sie! Ich! Nein, ich habe noch nicht Make-up gemacht. Das spielt keine Rolle, ich bin auch ohne Make-up. Wir möchten Ihnen alles Gute wünschen für die neue Wohnung und für diesen neuen Lebensort hier in der Zentralschools. Und alles Gute! Dankeschön! Alles Wolli! Und Brüel! Schon nett! So, bitte sehr. Diese kräftige Farbe hat sich sehr gut zu den Weißen Renten gegeben. Ja, sicher. Hat ja ein bisschen Spaß und nicht nur Stress. Das war Stress, aber ein paar Wochen. Ein positiver Stress. Ja, ich sehe es in Ihren Augen. Und jetzt jetzt Brüel, ich bin nicht. Gut, danke schön! Dankeschön!